Sturm spürt nun die Nervosität bei den Wienern. Die Spieler wissen natürlich auch, dass die Führung aktuell für den internationalen Startplatz reichen würde. Und dann dieses Traumtor von Bodol. Da steht jedes Mitglied der Viererkette viel zu weit weg von den Gegenspielern. Und Bodol nützt diesen Raum zu einer akrobatischen Einlage. Und schießt mit diesem traumhaften Fallrückzieher Sturm in Minute 67 zum Ausgleich. Und die Austria wieder aus den Europa Cup bringen.